Also, skurriles Szenen hier in Makao. Oh, da geht er auf die Giovanadi ist raus aus dem Titelkampf. Und somit ist BMW der Titel in der Herstellerwertung nicht mitzunehmen. Das war also Crash Nummer 3. Und da sehen Sie schon, kräftig ist er da eingeschlagen, hat auch noch hinten einen gekriegt. Also, völlig klar Giovanadi, das Thema hat sich erledigt. Schade. Da waren es nur noch zwei. Einer der Titelkandidaten durch Crash hier ausgeschieden. Jetzt würde ich gerne die Inboard-Aufnahme sehen, weil wir hatten auch eine Kamera bei Fabrizio Giovanadi eingebaut. Ich hoffe, dass wir das irgendwie... Der steht natürlich... Ah, der versucht da noch irgendwie... ...zu retten, was zu retten ist. Vielleicht das Auto irgendwie in die Box zu schleppen. Gibt es aber nur noch Grobkosmetik, würde ich sagen. Ja, da gibt es Funkverkehr mit...